hallo leute herzlich willkommen auf den hals untergegeben und wir gehen auch mal direkt zum lager ich weiß gar nicht wo ich rein muss ich habe vergessen wo ich zuletzt aufgehört habe ist ich gleich mal gucken mit euch so mission auswahl wird zum bergwerk kürt war ich da schon mal drin ich habe keine ahnung ich gehe einfach hier ein mission starte ich mal die mission die raubzüge der eleger haben dieses einst fruchtbare land in ödnis verwandelt nur ein einziges dorf blieb bisher verschont beeil dich hält du musst die dorfbewohner vor dem bevorstehenden kampf warnen du bist ihre einzige hoffnung okay dann machen wir das hier ist nichts weiter aber wir gehen erst hierhin ja aber hier ist auch nicht doch da doch da weg ist hier irgendwas so gehen wir hier nochmal lang vielleicht habe ich nämlich nicht jetzt aber nichts mehr okay okay dann gehe ich hier lang gucke mal ich hier oh da ist keine ahnung pillager da ist noch ein pillager ja aber hier ist nichts weiter dann können wir hier hoch gehen erst mal hier sind ganz viele weg mit dir braun 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 okay au äh warte soll ich jetzt einfach hier lang oder was oh das nehme ich aber mit muss mal kurz was gucken Leute so so ähm kurz mal was auf WhatsApp geschrieben so ähm so ja du blödes Skelett die Kuh kann ich auch nehmen kann ich klein essen ähm äh Apfel nehme ich auch dass ich auch immer dahin schieße wo man nicht beschließt ja nein der Kamm trefft mich da komm uh der hat mich fast getroffen so ich muss hier hin ich bin schon wieder zu weit hier ey jo fahrt 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 oh ich hab mich als Zauberer muss ich nicht quatsch kann ich gleich gucken wenn die hier mal alle weg sind so aah Ich muss gleich noch Videos schneiden, Leute. Also, ich soll jetzt... Ne, warte, ich muss hier lang. Zack. Ah, jetzt zeigt er mir an, dass ich da hin muss. Ah, hier sind doch Skelettis. So. Ähm... Ich sollte nicht wundern, falls ich in den Videos alle gleich klinge. Eben, ich tue Videos gerade vorproduzieren, ähm, weil ich ja krank bin. Äh, und deswegen nicht den ganzen Tag am PC sitze. Und von daher sind die Videos meistens alle vorproduziert und... Ähm, ich klingel da, ähm, halt erkältet. Jetzt ist es zu... Ich denke auch, das bringt was. Da hat's direkt gestorben, wo wir schon gekommen sind. Bam. Also, ich hab das Level auf jeden Fall noch nicht gespielt. Ja, also, das war dann mal einfach, ne? So, finde das Dorf. Ich soll jetzt ein Dorf suchen oder was? Oh, die sind ja hier auch noch drin. Und Apfel. Bam, bam. So. Beide ich den Scheiß jetzt mal rum. Oh, ich bin fast gestorben. Ich muss das nehmen, weil sonst schwer geht. Ey, lauf doch. So. Kann ich hier nämlich rüber. Da sind Vorräte, die ich mir eins snacken kann. Brot und keine. Ah, da. Oh, also, die Wackel nehme ich mit. Die lasse ich mir nicht entgehen. So. Ich bin auf Minecraft Legends schon gespannt. Also, Leute, das werde ich wahrscheinlich auch spielen. Ähm. Das werde ich wahrscheinlich auch spielen. Verpasst euch, ihr blöden Scheißspinnen. So. Also, Minecraft Legends könnt ihr auch drauf gespannt sein. Das werde ich auch, äh, in, äh, Videos drüber machen. Diese blöden Spinnen, ne? Das letzte Zuhause. Finde das doch. Na ja, du blödes Schwein. So. Feierrote Schlange. Weiß der Bogen. So. Weiß der Bogen. Ja. Wollt's mir alles durchsseiten. Hat mir hier in die Quere gefunden. So. So, festen. Hey. Also, ich glaube, ich bin schon ziemlich nah daran. Wieder so blöde Stücke. Nee. Ich bin auch mal weeeeg. So. Wo ist der Magier? Da. Scheiße, ich habe vorbeigeschossen. Scheiße. Okay, also. So leicht habe ich es mir jetzt tatsächlich nicht vorgestellt. Weil immerhin habe ich den jetzt getötet. So. 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 Hier. Rauch, rauch. Rauch. Was wollen die eigentlich alle hier von mir? Wie viele Zombies wollen das sein? Das Spiel denke ich auch nur so. Oh Gott. Zack, 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 zack. Alle weg hier. Rauch. Und ebenfalls. Geh weg, Magia. Was, was. Ist hier noch was? Nee. Der Magia wollte gerade schon wieder hier jemanden zu braucht, hat zaubern. Äh, ja. Scheinlich bin ich angekommen. Din, 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 din. Geh weg. Hm. Der schon wieder. Nen, 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 nen. Oh. Eingesperrt. Gleich. 400. Eile, Alter. Eile, Alter. Da ist es. Geh weg. Hm. Ja, sorry, ich würde nur noch. Me out. Da ist es. Ich sterb, ich sterb, ich sterb, ich sterb, ich sterb. Ich sterb. Oh. Junge. Geh doch mal. Komm. Oh. Boah, ich bin fast gestorben. Ja, was soll ich jetzt machen? Dann stehe ich halt einfach hier, ne? Ach, soll ich zur Tür? Hilfe, Hilfe. Ich muss auf jeden Fall rein, aber... Was soll ich tun? Soll ich hier rumlaufen? Alles klar. Hey, ich weiß jetzt ernsthaft nicht, was ich tun soll. Egal, Leute. Ich hab trotzdem gewonnen. Ähm... Ah. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Ja. Jetzt hab ich's gewonnen. Ja, das ist auch geil, ne? So. Leute, wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo und Kommentar da. Ähm, schaut auch gerne auf meinen Discord-Service vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sato. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.